Leute, willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey. Heute ein sehr spannendes Thema, nämlich es geht darum Millionär durch Metaverse Kryptowährungen. Kann man Millionär werden durch Metaverse Kryptowährungen? Du wirst erstaunt sein, was ich dir in diesem Video zeige, sage und prophezeie. Meiner Meinung nach, es war schon lange nicht mehr so einfach, in Projekte investieren zu können, die 500x oder noch mehr, die einen zum Millionär machen können, je nachdem, was man natürlich investiert, dass es einem schon fast am Silbertablett serviert wird, weil Metaverse, diese ganzen Projekte stehen komplett am Anfang. Wir sind hier in den Kinderschuhen, wie wenn das Internet gerade neu rauskommt oder in Planung ist. Es gibt so ein paar Bereiche schon, aber es ist noch nicht wirklich viral, noch nicht ganz groß. Und da hat man die Möglichkeit, jetzt richtig reinzugehen, richtig mit von Tag 1 an dabei zu sein und dadurch die ganzen Profite mitzunehmen. Und ganz kurz, das gehen wir in der Videobeschreibung beachten. Ich bin kein Finanzberater, ich bin aber sehr enthusiastisch, was solche Projekte angeht. Und deswegen auf jeden Fall selbst recherchieren, wenn du, bevor du Kryptos kaufst, das möchte ich damit sagen. Und das Enthusiasmus, was ich da spreche, den möchte ich dir jetzt auch gleich beweisen. Ich habe vor sieben Tagen ein Video veröffentlicht mit 100x Kryptowährungen und vor fünf Tagen habe ich dir den Grow Token Token vorgestellt. Also Krypto.com und beides. Und ich habe gesagt, Leute, das sind Projekte, das sind Wahnsinn. Vor allem bei den 100x kamen in den Kommentaren so, ja, jetzt noch 100x, wo soll das hingehen, was ich glaube und und und. Wo soll das Marktkapital hingehen, was wären dann irgendwo Top 10 und vor allem beim Blocktopia Video. Leute, wir gehen jetzt zusammen rein. Also wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, zeige ich dir jetzt etwas. Da würde ich dir empfehlen, abonniere den Kanal, verpassen meine Videos nicht, weil wir haben als Community, wir als Community, während der ganze Markt am Krachen ist, haben wir 30%, 50%, 70% plus gemacht mit den Coins, die ich vorgestellt habe. Schauen wir uns das jetzt ganz kurz gemeinsam, bevor wir dann ins eigentliche Thema gehen. Ich halte es schnell, aber ich möchte, dass du live siehst. Ich habe die Videos alle auf meinem Kanal, wie wir Profite gemacht haben. Und dadurch zeige ich dir jetzt einfach mal Sandbox. Sandbox habe ich am 17.11., wir haben heute den 23.11., also sechs Tage eigentlich her, habe ich ihn vorgestellt. Da waren wir irgendwo so rund um die 2,3 Euro, 2,90, 3 Euro. Heute sind wir bei Sandbox bei 4,73, ja. Und wenn wir uns das kurz anschauen, als potenzialen Vergleich, wie viel Plus wir gemacht haben. Wenn ich das jetzt hier hinaufzoome, siehst du hier, wir haben 64,29% in sechs Tagen Plus gemacht, während der ganze Markt am Krachen ist. Das ist Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei, dasselbe wie euch die Centralend, also Mana vorgestellt. Das war auch am 17., also selber Tag. Da war der Coin irgendwo so bei 2,80, 2,90 auch. Wir sind heute bei den Coin bei 3,65 Euro. Das als prozentualen Anteil sehen. Moment, ich muss hier runterscrollen. 17., hier haben wir wohl den 17. Und haben wir aktuell ein Plus von 31,63%. Ja, also auch hier haben wir wieder ein Plus gemacht, während der ganze Markt am Krachen ist, am Untergehen. Und hier, crypto.coin, comcoin. Ich habe euch das vorgestellt. Leute, da ist LLakers Partner, da sind Paris Saint-Germain vom Fußballteam, Matt Damon, Aston Martin und, und, und. Den habe ich euch vorgestellt am 19., ja, also vor exakt fünf Tagen. Da war der Coin bei 43 Cent. Aktuell sind wir bei 71 Cent. Wenn wir uns das eben anschauen, wie viel ist das jetzt wieder in Prozent? Hier ist der 19., dass wir auch real bleiben. Ich muss hier ein bisschen runterscrollen noch. Du siehst hier, wir haben 62% in diesen fünf Tagen Plus gemacht. Leute, das ist unglaublich, ja. Und das sind eben solche Dinge, wo ich sage, abonniert. Also wenn du dir jetzt nicht überzeugt warst, schau dir die Videos an und abonniere das dann, ja. Weil ich stelle immer wieder Projekte vor, die niemand so wirklich am Radar hat, gleich am Anfang, ja. Und dann kommen solche explosionsartigen Dinge zu entstehen dann, ja. Deswegen, ich wäre dabei, am besten Glocke aktivieren, weil dann bekommst du das Video gleich raus. Jetzt gehen wir aber gleich weiter, ja, mit dem Thema, warum Metaverse, warum Metaverse Kryptowährungen dich zum Millionär machen können. Und ich der Meinung bin, dass das so einfach wie selten ist, ja. Das Metaverse selbst, ja, man muss ja das einmal verstehen, was das ist, ja. Das ist eigentlich eine Kombination aus Immobilien, aus Kryptowährungen, aus NFTs, und dann habe ich mir noch etwas dazu geschrieben, und aus Social Media, ja. Und das alles, was jetzt schon für separat Milliardenmärkte sind, jeder für sich alleine, wird hier in einer virtuellen Welt kombiniert. Du kannst Grundstücke kaufen, du kannst Immobilien kaufen, du hast das Social Media, weil du dich connectest mit People, du bist halt darin und triffst Leute. Du kannst Rüstungen erzeugen, andere Sachen erzeugen, kaufen, verkaufen. Das sind die NFTs, ja. Die NFTs sind nicht nur die Bilder, ja. Und rechne mal, was NFTs, wer hat denn am Anfang an NFTs geglaubt, an diese Bilder? Ich blende das kurz ein, was sieben Millionen, acht Millionen einbringen, was ich dir ganz easy mit einem Paint erstelle, ja, diese Bilder. Aber wer hat man das geglaubt? Und das ist mittlerweile auch ein Riesenmarkt, wo die Leute richtig Profits machen, ja. Und Metaverse verbindet das alles. Das musst du dir im Klaren sein. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite ist, Metaverse steckt in den Kinderschuhen. Weil wir glauben, wir sind bei den Kryptos am Anfang, wo wir wirklich noch am Anfang sind, da sind wir Metaverse noch, noch viel weiter hinten, ja. Und Metaverse kannst du dir so vorstellen, als wäre das Internet damals in Erzeugung gewesen und man hat schon so ein bisschen Einblick in 1, 2, 3, 4, 5 Webseiten. Aber das ganze Internet ist noch nicht vollkommen, ja, so wie es wir heute kennen und heute können wir ohne Internet nicht. Und genauso haben wir jetzt ein paar Projekte im Metaverse, die gerade am explodieren sind, ja. Es gibt ja auch noch nicht so viele. Und genau das wird aber in den nächsten Jahren passieren, ja. Also das Metaverse wird unglaublich werden. Das Land Barbados hat schon eine Botschaft in die Central Länder aufgemacht. Wenn du es gesehen hast, Sandbox, da hat Snoop Dogg sich ein Grundstück in ein Haus gekauft oder bebauen lassen, ja. Macht dort Cash, weil er die Leute einladet mit so VIP-Tickets und, und, und. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Max Sagerberg hat ja noch ganz andere Pläne. Ich rede jetzt hier einmal von den Gaming-Token, was es hier gibt, ja. Und da wir da eben ganz am Anfang sind, was Metaverse angeht, wirklich am Anfang, und wir jetzt die Möglichkeit haben, da einzusteigen und mitzuwachsen, dadurch entsteht halt die Chance, weil es gibt so viele Projekte, die sind so wenig Cent wert, ja. Ich höre immer wieder, ah, Manuel, du, beim IDO hat das nur 2 Cent gekostet, Blocktopia zum Beispiel. Und jetzt bewirbst du das für 9 Cent oder 10 Cent, 8 Cent, was dir auch immer gerade wert ist. Und, ähm, ja, aber trotzdem wird das, also Blocktopia zum Beispiel kommt erst im März 2022 raus. Und da möchte ich dir ein Beispiel zeigen, weil da wurde, ich bin lächelt, 500X, das ist ja unter den Top 10, sind wir fast bei Bitcoin, da schauen wir uns aber gleich an, ja. Ich möchte dir da jetzt ein Beispiel zeigen, ähm, damit du siehst, was möglich ist. X is Infinity, ich lasse dir ganz kurz etwas darüber, äh, laufen, ähm, in Videoform. Ist eigentlich ein Game, wo man kleine Monster erzeugt, diese, ähm, schlüpfen lassen kann, brüten kann, erzeugen kann, man kämpft gegeneinander, bekommt dafür die X is Infinity Token. Und du kannst diese aber auch nur zeugen, verkaufen als NFT, bringt richtig viel Kohle, oder zeugen und vermieten und bekommst 50% von den Spielern an die Token, was der gewinnt, ja. Und wenn wir uns X is Infinity jetzt in einem Jahr anschauen, sind wir hier drin, in ein, das, das, der X is Infinity, wir rechnen jetzt in ein Jahr zurück, ja. Und hier waren wir aber schon online beim Gamer, ist der von rund 39 Cent auf aktuell 118 Euro hinaufgegangen. Wenn wir uns das im Trading View anschauen, was das prozentual ist, Leute, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Ja, und da wirst du jetzt sehen, und ich nehme jetzt einfach mal so ein Jahr her, dann sind wir aktuell bei rund 5.485% an Plus, was wir gemacht haben, ja. Das ist ein Wahnsinn, 5.000%, zwischendurch waren wir schon bei 6.000%, aktuell sind wir bei 5.000, das ist unglaublich, ja, das ist eine Menge. Und wenn wir uns das aber jetzt näher anschauen, ich rede hier jetzt von einem Jahr, okay, in einem Jahr kann natürlich viel passieren, ich muss das kurz entfernen hier. So, und wenn wir uns das jetzt in einem Jahr anschauen, ich rede jetzt von diesem Sommer, Sommer 2021, ja, rechnen wir mal von Juli weg, wenn wir von Juli weg rechnen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, sind das immer noch knapp 2.000%. Leute, wer hätte geglaubt, dass wir in diesen drei Monaten, vier Monaten 2.000% Plus machen mit so einem Coin, und da sind wir in diesen Metaverse-NFT-Projekten drinnen, die, wo ich meine, hey, und die waren schon am Markt, der Coin hatte schon ein paar Euro wert, und trotzdem steigt er hier hinauf, ja. Und wenn wir jetzt einfach noch, wir brauchen gar nicht, dass wir das so nehmen, gehen wir mal noch ein Stückchen weiter, ja, nehmen wir nur von September weg, also wir reden jetzt September, Ende September, wir können hier auch den 30. nehmen, also den 1. Oktober, und haben jetzt zwei Monate 80% Plus, ja, und das ist halt eben die Macht, wir reden hier von einem komplett neuen Bereich, was Kryptowährungen angeht, wo richtig viel drin ist, ja, und mein Ding ist, also warum, sage ich, hat das Potenzial? Machst du guten Research, glaubst an dieses Projekt, und das Research passt, was du betrieben hast, dass das vernünftig ist, ja, was dahinter ist, weil in meinen Videos zeige ich dir auch, ich mache nicht ein Research, kein Research und empfehle dir nur ein Coin, ich schaue mir das ganze Projekt an und sage dann, Leute, das ist ein Wahnsinnsprojekt, ja, da ist da auf jeden Fall etwas, wo ich hineingehe, ja, wenn ihr mir das nachmacht und dann genau solche Profite erzielst, dann herzlichen Glückwunsch dazu, ja, und du musst aber diese Projekte natürlich auch glauben, weil dir der Research, der Hintergrund, der Background passt, ja, und als kleines Beispiel möchte ich dir nur etwas geben, wir nehmen jetzt Bitcoin-Preis her, 2017 habe ich hier in etwa Bitcoin für 3.600, 3.700 Euro gekauft, hätte mir jemand gesagt, dass das, oder, ich meine, ich habe immer geglaubt, als wir circa bei 50.000 anlangen, vier Jahre später, ja, hätte ich es auch nicht ganz so geglaubt, ich dachte nicht, dass es so hoch geht, jetzt weiß ich, es wird noch viel höher gehen, aber, ich meine, es war in dem ganzen Zeitraum, die Leute haben gesagt, Manuel, du musst verkaufen, das Bitcoin geht auf Null, du kannst es vergessen, immer wieder, immer wieder, und was habe ich jetzt in der Zwischenzeit aber gemacht bei Bitcoin? Wir sind bei einem Plus von 1.300%, wir reden von Bitcoin, und das in den letzten vier Jahren, ja, und das war einfach, weil ich mich einfach sehr, sehr viel informiert habe, mit dem Thema beschäftigt, mit der Mehrheit Materie beschäftigt habe, und daran geglaubt habe, und nicht auf die anderen Leute gehört habe, ja, weil, und das ist einfach so, heute, wie viele Leute lehnen heute noch Kryptowährungen ab, obwohl das eigentlich schon ein Bestandteil ist, ja, der Welt, trotzdem wird es abgelehnt und als unsicher bezeichnet, und ähnliches, ja, deswegen, das ist so mein Ding, wo ich sage, hey, Metaverse ist noch viel früher als Kryptowährungen, das wird aber die Welt verändern, Metaverse wird komplett die Welt verändern, so wie wir sie heute kennen, so wie es das Internet gemacht hat, ja, und deswegen ist es meine Meinung, ja, schauen wir uns einfach kurz nach Blocktopia an. Blocktopia ist so ein Projekt, in das ich sehr, sehr, sehr viel Hoffnung setze, weil die machen richtig guten Background, ja, also was die im Hintergrund machen, ich muss hier mein Screen Monitoring anmachen, du siehst hier Blocktopia, ja, und wir nehmen jetzt das Beispiel, ich habe gesagt Blocktopia 300, 200, 300, 500x, ja, vom Marktkapital, wenn wir das hernehmen, wir sind jetzt bei 782 Millionen, wenn wir das mit Bitcoin vergleichen, der auf 300, 953 Milliarden ist, ja, ist natürlich, wenn wir das mal 500 nehmen, mal 1000, sind wir unter die Top 10. Was du aber jetzt nicht vergessen darfst, ja, wenn wir hier rein sind, bis Blocktopia das erreicht, wird es natürlich lange dauern, ja, wenn der das erreicht. Was ich dir aber jetzt noch kurz sagen will, ja, du musst dir bedenken, das Marktkapital von der ganzen Kryptowährung ist aktuell bei 2,3 Trilliarden, ja, das sind Trilliarden Dollar, was wir aktuell haben, und das ist natürlich schon eine Menge, ja, und das wird aber genauso wachsen, das heißt, wenn der Bitcoin seinen Preis verdoppelt nur 100.000 Dollar geht, steigt natürlich auch der Bitcoin-Marktkapital um das Doppelte. Das heißt, auch wenn Exis oder Blocktopia jetzt angenommen 500x macht, ist der lang nicht unter die Top 10, weil durch dieses ganze Marktkapital am gesamten Kryptowährungsmarkt schiebt sich alles nach oben, ja, weil Ethereum hat mehr drinnen, Cardano hat mehr drinnen und Bitcoin hat mehr drinnen und alle anderen auch, das heißt, wir blasen ja das ganze Ding auf. Das Geld kommt alles her, bitte google einfach mal nach. Wir drucken aktuell und nur in Europa 1,9 Milliarden Euro pro Tag, ja, das reden wir wirklich pro Tag. Und diese Menge an Geld, was hier geschieht, und rede ich nicht von der Welt, wir reden pro Tag, wird natürlich, der Wert des Geldes wird weniger. Und hier rede ich jetzt nicht von Investoren, von dir und von mir, wo man sagt, unser Geld wird weniger. Es gibt Leute, die haben Milliarden, die haben hunderte Millionen zu verwalten und die wollen das natürlich nicht in Euros liegen lassen, auch nicht in US-Dollar, weil wir wissen, die Inflation 3% im Durchschnitt pro Jahr, durch Corona ein bisschen mehr, ist es natürlich so, dass der Wert schinken würde und die wollen das vermeiden, das heißt, die geben sehr, sehr, sehr viel in Kryptos hinein. Und das ist das, was du dir merken solltest, ja. Also jetzt ganz kurz, ich habe noch meine Zettel. Drei Punkte, die du beachten musst. Einmal, Metaverse ist ganz am Anfang. Die ganze Metaverse-Kategorie, diese Welt, alles, was hier entstehen wird, wir sind ganz, ganz am Anfang und da gibt es so viele Möglichkeiten. Mach eine sehr, sehr gute Projekt-Research, also Recherche, damit du auch wirklich weißt, was steckt hinter dem Projekt, welche Investoren sind dahinter, was passiert hier alles. Blocktopia hat zum Beispiel, schau dir mein Video an, ich blende es dir oben oder am Schluss noch ein, was hier eben noch an Investoren schon bereits darin sind, ja. Und dann brauchst du Geduld, ja. Nimm, geh weg von dem, dass du in zwei, drei Monaten so viel machst. Access Infinity war natürlich ein Paradebeispiel, aber meine Bitcoins, wo ich das größte Vermögen drin habe, sind auch nicht von einem Tag auf den anderen so worden. Ich habe vier Jahre gewartet und bin froh, dass ich sie noch immer halte, ja. Und das ist das, was ich meine, ja. Die reichsten Kryptoleute sind eigentlich die Langzeithodler, nicht die, die kurz kaufen, verkaufen und, 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 sondern die, die wirklich lange ihre Bitcoins halten, ihre Kryptowährungen, weil du weißt nie, wo die Reise hingeht, aber sie geht meistens nach oben, zu sehr, sehr hohem Prozentsatz, wenn du vernünftig investierst. Und das beachte bitte, ja. Das war es jetzt auch schon von mir. Lass mir doch ein Like da. Teile dieses Video doch mit irgendwelchen Freunden. Das bringt mir am meisten, ja, wenn diese Links im Internet-Universum verteilt werden. YouTube-Sitters pusht mein Video. Ich freue mich, dass du zugestimmt hast. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.